Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge, wahrscheinlich auch wieder eine sehr, sehr kurze Folge. Und zwar müssen wir das Hochrad reinigen, meine Güte, das kleine Hochrad hier. So, bin auf dem alten Fahrrad gestört. Scheint, als hätte sich Rost, oh nein, eingeschlichen und die verflixten Hemmschuhe wären festgerostet. Verpasst den alten Jungen einen schnellen Schliff, dann ist ein glänzendes Drei-Pens-Stück für dich drin. Oh, nice, rein da. So, ich glaube, wir gehen auf den Metallreiniger, wenn da wirklich, sag mal, Rost drauf ist. Oh, da besteht ja nur aus Rost, das Ding. Was sind das denn immer für Düngen, 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 neuer Dings? Verstehe ich nicht. Nachfüllen? Noch nicht. Jetzt nachfüllen. Pedale, die müssten noch, ne? Ja. Mhm. Wer auch noch? Und, was haben wir noch? Den Sattel auf hier? Ah, nur noch den Sitz haben wir. Da gehen wir schonend ran. Ganz klare Geschichte. Schonend. Müssen wir auch treffen. Wäre schon geil, ne? Aha. Schmutzfinder, ich brauche dringend deine Hilfe an der Villa. Villa, oh, oh, Villa heißt groß, ne? Iiiiih. Da haben wir es. Das kleine Rad. Hm. Perfekt. Was für ein großartiger Job. Er ist ein absoluter Traum. Wenn ich ihn mir nicht so schön fahren könnte, würde ich ihn in ein Museum verticken. Boah, da hat aber jemand rumge... 350 nur? Das ist aber wenig. Das ist auch sehr wenig. Okay, aber das war's mit der Folge. Ne ganz, ganz kleine, mini-Folge. Äh, und nächstes Mal geht es dann weiter mit der Villa des Bürgermeisters. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.